Das ist alles neu gemacht. Okay, vor allem am besten. Ich bin ja erstmal jetzt hier. Und dann, nehmen wir den Weg lang. Du fährst jetzt nach Westen, ne? Ich fahr jetzt Richtung Vibor. Ja, Westen. Und dann können wir von Vibor weitergefahren. Wir können jetzt aber auf die Karre schauen, wo ich dann anfahren muss. Ich hab sie vor mir. Wir müssen hier rechts, glaub ich, ne? Ich hab ihn jetzt vor mir. Ja, genau. Man muss durch die Kabinide durch. Komplett durch? Ja. Zeig mal den Hotschild. Das ist, glaub ich, war schon, oder? Da vorne kommt ein blaues. Wenn der Rest ja irgendwann da ist. Also nach rechts geht's nach... Rückwohnung. Ne, Bibor. Richtig. Fahre nach Bibor, durch Bibor durch. Und dann nehmen wir weiter. Kommen wir zu den... Ah, doch. Wo willst du? Das meinst du jetzt neu, oder was? Da oben? Ja, da ist alles... Da ist am meisten neu gemacht worden. Schauen wir uns das an. 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 Und, ähm, bei den Simo ist ja einfach sich anzugucken. Oh, das Auto wäre vielleicht interessant gewesen. Ja. Komm, das zum... Okay, stell mir kurz aus. Jo. Zombie ist dabei, Zombie ist bei uns. Weil ich denk, der ist einfach blockt. Okay. Ich denk, da haben wir kein Problem. Ich schmeiß kurz hierhin, ähm, Munition raus. 20 Schuss. 20, schnell nach Lada. Und hier sind noch 20. Und Celine Beck, geb ich dir auch. Und Rex brauchst du auch? Ne, brauchst du alles. Musen, Muni? Ne, ich hab bloß die SKS. Lass dich schnell schauen und wieder weiter. Ich hab jetzt 40, 50 Schuss weggeschmissen. Und hinter dir ist jetzt... 40 hab ich momentan, weil ich schau nochmal gleich. Scope. Meine Pistole ist weg. Was? CR 75 Magazin. Warte mal, wo ist meine... Mich schlägt irgendwas. Na man, ich bin ins Auto eingestiegen und er hat sie weggeschmissen. Voll Depp. Hä, was? Oh man, ja genau. Was versteckt mich da? Irgendwas hab ich gerade geschlagen. Ja, Zombies hinter dir. Ja, dass wir reinsteigen und weiterfahren. Da ist nix? Ne. An Scope war da gelegen. An Scope? Aber erstmal weiter. TU Scope, oder? Ne, so ein anderes. Was? Oh! Ist doch gut, wenn es für die Mosen ist. Wo fährst du an? In das Scope, in das Scope? In das Scope? In das Scope? Ich glaube nicht, du hast ein A-Cock oder sowas. Wir müssen nach links. Hä? Wieso fährst du da? Wir fahren richtig. Da ist Viber. Vor uns ist Viber. Von links vor uns ist die Base, die Militärbasis. Und vor uns ist Viber. Ja, verstehe. Sollen wir die Militärbasis checken? Oder ist es gefährlich? Sehr gefährlich. Ja. Ist der gefährlich so. Ja, Landtag ist das jetzt mal angucken, was da oben ist. Dann können wir jetzt durch. Ja. Ja. Wir haben ja einen Truck, wenn wir da runterfahren. Ja. Der ist immer so schnell wie vorher, das Scope. Ja. Ich weiß nicht was. Ich bin 65 Fahrmann. Ich glaube da oben ist noch ein Truck, oder? Ja. Ja, da ist noch ein Truck. Soll ich das nehmen? Ja, warum nicht? Ja. Du kennst den Weg, ne? Ja, ich bin schon hinterher fahren. Alles klar. Dann treffen wir uns. Robertino, oder so? Ich mag dich gerne. Oh ja, früher ist ein Helix. Das sehe ich auch. Ja, und da noch ein Stück hin weiter. Da bin ich dann. Ja. Das sieht schon gut aus. Ja, da ist nur ein Sprite-Rotter. Das ist im Krankenhaus. Salinbild. Da ist der Plan im nächsten Ort, nicht? Ja. Da bist du schon. Hm? Ich bin ja ausgestiegen. Und ich kann den Krankenhaus. Hier ist ein gutes Lot hier? Hier bin ich Frieden. Ja? Ja. Ja, ich bin froh. Da ist es ein gutes Lot hier. Hier bin ich Frieden. Musik Du gehst durch die Wiese oder was? Ja, ich hab jetzt voll den... Mein Motor ist kaputt. Was? Mein Auto ist kaputt. Echt? Oder Sprit leer. Kann auch sein. Weil meistens, wenn du das Auto beschädigst, ist es auch die Tanken im Arsch. Und dann läuft es nur so raus. Ja, Tank ist leer. So schnell? Ja, ich denk der war kaputt. Oh, stimmt ja. Ja, ich bin auf der Höhe von der Baustelle. Ja, ich bin bei diesen... Baustellenwagen, bei diesen... Türkisen. Ah, das sehe ich. Schauen, was da am Truck ist. Was sieht man hier aus? Wow, was lag der Wichser. Das Peck... Drecksding nervt mich echt. Das Magazin dabei. Ah, welches? Das Runde? Das Karbein. Das da. Das da. Oh. War das auch hier oder was? Das da. Ja, warte. Und dann hattest du glaube ich noch das da dabei. Und... Schau mal, ich habe das Scope hier. Okay. Das flippe halt ja drauf. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube ich nur ein 4. Ja, das passt nirgends. Willst du das wieder haben? Kannst auch behalten. Serienbeck brauchst du eins? Ich habe... Nein, ich habe selber zwei Stück. Sogar drei. Zwei ganze, ein... Oder sogar Fast Aid Kit. Ich habe drei Stück. Ja gut, fahr mal weiter oder? Ja. Und wo ist jetzt hier was neu? Im nächsten Kampf oder was? Hast du hier auf dem Dach schon? Beim Krankenhaus? Was ist Krankenhaus? Da oben. Auf welchem Dach meinst du? Hier, das Gebäude. Ja, war schon. Da auf dem Dach. Ganz oben. Okay. Da war aber nichts. Ja. Ja, da wo es ist. Wo die Gebäude sind. Hm? Alles klar. So. Stell dich so hin, dass du gleich nach rechts fahren kannst. Nach den Häusern. Kannst du das gucken. Oder vor den Häusern? Ne, vor den Häusern. Okay. Ja. Mit in dem Wald hört die Aufmerksamkeit. Was? Und da, am Ende der Straße ist ein roter Punkt, dass da irgendwas ist, was passiert ist. Ja. 100 Meter weiter geht's. Lokal rechts. Und da mal hinstellen. Richtig. Genau. Da mal rechts rein. Genau. Da mal rechts rein. Und da. Wo fahren wir. Aber lass uns erstmal hier ein bisschen schauen. Und da ist ein Zombie, der schon auf uns zukommt. Ja. Ich hab meine Munition verloren. Das ist so kacke, man. Meine Brache. Nimm ihn. Nimm ihn. Pack dir dafür aus. Warte mal. Ich nehm die Axt. Okay. Das hat sie schon wieder nicht. Ja, dann. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Ein größerer Rucksack. 20 Plätze. Meine hat auch 20 Plätze. Jetzt kommen manchmal eben die Zombies umgelaufen. Eben. Na gut, nein. Heatpack. Okay. Ja. Ne Dose. Ich hab so viel Essen jetzt. Halt doch mal vor zum Pianohaus. Mhm. Hier ist man so wirklich am Arsch der Welt. Das ist. Ja, das stimmt. Der letzte. Fast schon der. Ja, eigentlich die letzte Stelle. Auf der Map. Pianohaus ist gar nichts. Hier ist noch ein roter Cap hier. Schwarzer Cap hier. Schwarzer Cap hier. Und da sind noch Autos. Hm. Schwarzer Cap hier. Hier ist jetzt ein Moni. Das ist ein Moni. Ja. Das ist der Moni. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Das ist der Moni. Ja. Ich hab's gesagt. Ja, jetzt müssen wir da runter und dann nach links. Was ist das? Jetzt hier runter und dann nach links. Oder geradeaus, meine ich. Jetzt haben wir noch genau den halben Tag. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Das hast du noch nie gesehen? Nee. Das erste Mal, dass ich jetzt hier bin. Gut. Irgendwie stimmt das mit den Waffen. Nicht so ganz. Wo müssen wir da hin? Ach, hier kann man. Ich wollte es mir angucken angeblich. Ich habe gesehen, dass ich vielleicht hier was getan habe. Wenn du noch nicht hier warst, gibt es hier nur so ein Loch. Vielleicht ist das interessant. Wo man reinzieht. Wo man reinzieht. Boah, ich kann die Waffe nicht benutzen. Wo ist das Loch? Hm, muss ich selber schauen. Aber weiter unten. Nicht mehr erstmal runter hier. Ist das tordurch oder was? Ja. Da vorne ist ein Prison. Hm. Irgendwas ist hier, glaube ich. Ich habe einen Zombie hinter mir. Hier könnte es ein Gegner sein. Ja. Also so ist es nicht. Ich war cool hier einen Fight zu haben. Auto vor Fight. Und die Waffe der Hund? Ja, ich kann nicht. Ja, ich auch nicht. Du kannst nicht? Auto irgendwie theoretisch noch sitzen. Für den Scheiß-Server. Was kannst du eigentlich? Oder es hängt. Ne, warte mal. Ich kann die Munition splitten. Ich kann gar nichts in die Hand nehmen. Hm. Aber nicht die Waffe. Ne, gar nichts. Haha, okay. Dann die Axt. Kann ich die Axt wieder haben? Ich lauf jetzt mal hin. Also das Prison war da schon gestanden, ne? Ja, das ist alles. Oh, die Zombies lassen schnell von einem ab. Okay. Aber ich glaube, wir müssen uns... Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ohne Waffe, dass man keine Waffe nehmen kann. Ist schon schwer. Und drei. Mann, nehm doch die Waffe. Wo ist den Club gefunden? Ich glaube. Ich hab noch... 10 Schuss oder so. Ich hab den Zombie hier. Geil. Und ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht wehren. Ich will ja schießen. Boah, kannst du was gegen den Zombie machen? Er haut mich. Ich... Ich kann nicht schießen. Warte, meine Waffe kann ich nicht nehmen. Hast du dich ausgelockt? Naja. Der Zombie ist draußen. Ich mach die Tür zu. Kommt der wieder rein. Ich kann's nicht nehmen, meine Waffe. Da hat er unten. Das ist ein Zombie. Da ist so gefährlich. Mach die Scheiße. Kann man die Waffe hier nehmen? Was für ne Scheiße. Hast du nachgeladen? Nein. Hm? Nein. Nein, ich hab nichts gemacht. Wenn wir jetzt sterben, Alter, dann haben wir echt mal. Was ist denn das für ein Cheat das für... Die Waffen nicht bloß. Legt ne Karbe ein. Dann kann ich sie wegschmeißen. Und kann ich mal scheiß SGS nicht nehmen? Ein Take. Krass. General Inspector, wenn ich... Rechtsflick drauf mach. Ich kann... Ich zieh einfach nicht ins... Nicht... Nicht in die Waffe... Oh, hier unten liegt... Zwei Schuss SGS. Okay. Hm... Hier. Was ist das für genommen? Ja, rausgeworfen hier. Boah, was... Ist das ja was Scheiße. Wo ist das... Wo ist das Zeug? Da liegt's vor der Tür. Ich kann sie nicht mal nehmen. Scheiße. Sache in die Hand. Du bist irgendwo da hinten gewesen. Puh, wo war denn das? Na gut, Alter. Wo bist du grad? Ja, ich bin wieder da. Hast du so ne Betonplatte gefunden? Ja, ja, aber da war nur so ein... Gitter... Gitter... Und unten... Und unten lagen Leichen. Das war auch ein Bunker. Nein, so ein anderes. Warte, da war ich ein Lauf. Ja, das ist es. Das hab ich gemeint. Ja, da kann auf jeden Fall nichts rein. Ja. Weiß nicht. Aber warte, die haben das zugemacht. Mhm. Man kann jetzt... Hier war nur Leicht da. Man konnte da rein... Reinsprengen. Okay. Und was war da? Ja, dann bist du... Die Dummen sind so ganz runtergeklettert und nicht mehr rausgekommen. Schade, dass sie das jetzt so zugemacht haben. Was sollen wir machen? Jetzt haben wir es gesehen. Aber trotzdem... Oh Gott. Die liegt ja noch... Schon wieder zurück bei uns eigentlich. Oder wir fahren jetzt zum Airfield. Das schaffen wir noch mit dem Tank. Ja, das könnte man eigentlich machen. Und... Dann... sterben wir dort. Oder was... Na, mal gucken. Ich lauf die Anlage wieder hoch zum Auto. bei uns noch. hier sind ja Baracken nur eines mindestens ok warst du da schon? nein, dich mein nicht also ich hab's irgendwann mal schon wo wird denn hier alles? ich bin jetzt in den Hallen hast du geschossen? wow, jemand hat auf mich geschossen echt auf den Tag jemand schießt auf mich wo bist du? schießt den Moos hin? das ist glaube ich da noch mehr ich laufe runter du hast gerade den Moos hingeschossen oder? ja, ich war mit einem fast anderen Auto ich weiß nicht ob ich mit dem Auto weiter laufen soll wo war der Typ ungefähr? er ist im Norden also er ist über dir ich bin da ja ich bin da den Weg hochgelaufen und und da ist aber gerade ein Schuss gekommen muss ein Schuss na gut, ich geh wieder zurück stell mich in die Mar da ist ein scheiß Zombie ein scheiß Zombie ich bin hier wo bist du? äh, jetzt bin ich am Haupteingang da wo wir so durchgelaufen sind du meintest du hast sie gefragt wird's da durchs Tor durch? da kommt der Zombie wieder wo andere Typ ungefähr und der war rechts er ist auf dem Dach wo auf dem Dach? in einem roten Haus? ja ok oder was ist das so rotes? der müsste auf dem Dach sein das ist ein rotes Gebäude meinst du? ja das sind ja zwei rotes Gebäude ja auch wo irgendwas wo das das breitere ja man hast du keinen roten Rucksack an? ich hab blauen Rucksack an an was? am blauen? blauen hab ich ok es ist ein oder zwei er kommt jetzt runter ok warte er geht hinten runter ich wackel zu euch vielleicht kommt er hoch aber der steht grad noch aber der steht grad noch ich muss kurz schnaufen oh ja ich auch der steht da rum siehst du ihn? ich stehe da rum ja er kommt zu mir ja er kommt zu mir reden wir aufs Fliegenpier warte ja wir schießen wir gucken wo hinten läuft schießt du? ja ich hab aber Zombie weggeschossen er ist nach rechts lang warte ich kann ihn gleich holen hast du geschossen? getroffen kommt er zu dir? zack er ist in nem Baum du schießt von oben du bist von mir wo bist du? er pullet auf jeden Fall zack wo er ist? er ist mauer drin oder schon außerhalb der Mauer? immer noch drin unten ja dann ist er am Haus wie weit vom Haus? hab nochmal getroffen ist er tot wie weit vom Haus ist er? er ist direkt am Haus ist aber tot in der Mauer ok siehst du mich? ja ich bin hinter dir ich hab ihn wieder zu dir gejagt eigentlich ok da ist er was bist du hier ne? vielleicht lass mal checken mal magazine und so geile scheiße hi hey ja hallo wer bist du gewesen? wer bist du gewesen? so hey such mal sk2gp Mosinschuss ich muss kurz was essen hab ich alles kaputt bei dem oder? ja ich brauche noch Mosin Kompensator äh äh wuuh 5er-Round-Clip dass das hier alleine dich rumschwirrt er hat mich er hat mich glaube ich doch er hat zuerst auf mich geschossen er hätte mit mir erfreden können bin erfreulich selber stolz ja sks Sachen willst du haben ja oder nur volles Zeug ich hab jetzt die hast du die Munition raus? ja die vernünftig ist hab ich rausgenommen hier gehe ich mir jetzt wieder an den Feldweg und da ist das Auto hm der hätte das Auto nehmen sollen Mhm. Ich hoffe, der Tank ist nicht im Arsch und es wird voll geregen. Was? Ich hoffe, der Tank ist nicht im Arsch. Na, das macht's. Wir wollen noch halb voll. Ja, und wenn du die Straße so... ...nach der Abbiegung nicht... ...einfach nochmal geradeauswärts fahren wir durch die Wiesen, aber wir fahren den kürzesten Weg. Okay. Hier einfach so die Linie vermiesen, ne? Vielleicht lockt der große Berg da links oder Berg vom Eiffelt? Ja. Auch noch geradeaus durch, oder? Genau, jetzt hier lang. Ja. Oder machst du die Tür auf? Ja. Da steht ein Zombie mitten im Wald. Schnell! Schnell! Gleich rum in die Schüsse bis auf. Ich fahre zurück über das Eiffelt um ihn. Also ich bin da rechts fahren. Ja, links. Ich fahre lieber so. Ich fahre lieber so. Steig mal hinter der Feuerwehr aus. Oder parken. Ja. Hm? Wenn's offen ist. Wenn's offen ist. Schnell, schnell. Alles zu. Keinem Hangarparken. Was ist hier alles selten? Keinem Hangarparken? Aber hinten? Ja. Hier oder so? Ich hab da die Tür aufgemacht. Ich hab da die Tür aus gesehen aufgemacht. Ich hab da. Severo kann der erste mal mal weg. Das war eigentlich in der Richtung vor. Genau. Da sind die Richtung Zettstadt. Ehrlich? Hm. Severo kann der das ganz oben. Man kann ich nur gerade ausfahren. Richtung Zettstadt. Aber direkt nach rechts. Das liegt übrigens auch da drin, glaube ich. Ich dachte mir, ich muss uns hier da verlangen. Aber ich sehe doch gar nicht, wo du hinfährst. Das ist dann wieder voll komisch. Vielleicht fühle ich mich quasi auf der Stelle. Soll ich das jetzt zwischen die anderen was durch? Aber da können wir schon durch da vorne. Soll ich eigentlich nur geradeaus fahren? Ich muss nicht links. Da muss ich einfach denken. Ja, links. Uh, geradeaus vor uns, glaube ich. Ja, da muss ich mir vorbei. Ja, da muss ich mir vorbei. Ja, genau. Da muss ich mir vorbei. Ich muss jetzt da hochfahren. Ich fahre einfach rechts und durch das Kassel vorbei. Scheiße. Geh runter. Nee, oder? Zu sehr aus, oder? Das war sein Ende. Jetzt rutscht er so beschissen. Warte mal, vielleicht rutscht er noch ein bisschen. Warten, dass er stehen bleibt. Oder ich zumindest. Vom Stein zu Stein. Okay. Ich verstehe jetzt nicht. Okay. Na ja, das war ein gutes Auto. Das hat gute Dienste geleistet. Brauchst du noch Moni für den Mac, ne? Ja, wäre nicht verkehrt. Brauchst du Morphium? Habe ich. 13 Schuss habe ich noch. Und hier... Nein, dann nehme ich Morphium. Ich habe schon mal Morphium rausgelegt. Ja. Okay, dann laufen wir mal. Mhm. Mhm. Aber müsste immer noch voll sein. Wo könnte ich den Scope finden? Warte mal looten, oder was? Mhm. Mhm. Jo. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir können noch zwei, drei Feuer auf die Straße legen. Das ist, dass das, wenn ein Auto vorbei fährt. Wenn es kaputt geht. Dann machen wir einen Überfall. Ja. Ich schau mal in die Feuerwehr. Hier singen so schön Vögel. Also hier kann ja alles, muss alles in Ordnung sein. Hast du das auch gehört? Eben, ist das normal, dass Vögel singen? Ja. So. Attachable Pouches liegen hier. Die Polizei ist auch da. Kannst du in der Polizei was geben? Was ich brauchen könnte? Ich suche hier so scheiß Pferdnerhäuschen. Ich habe keine Ahnung, wo hier welche sind. Oder ob hier welche sind. Weiß ich nicht. Ja. Hast du einen grünen Rucksack? Nein. Ich habe einen... Ich stehe in der Polizei drin. Du bist in der Polizei? Mhm. Dann haben wir jemanden? Jo. Makarov, endlich. Scheiße und ich habe keinen Platz. Kommt ihr zu mir? Sag mir das. Nee. Na sag mir was. Links von dir... Also... Jetzt geht er raus. Ich kann jetzt schießen. Wackelsteig. Jetzt ist er gleich gefangen, oder? Komm, erzähl mal. Warte. Ich will ihn auch sehen. Jetzt haben wir roten Haus. Hier. Hier lohnt es sich noch zu looten, echt. Roten Haus. Besser ein Eck neu, wenn du ne... Soll ich einen töten, wenn der rauskommt? Reden wir mit ihm? Weiß nicht, ich könnte ihn einsperren. Und wie? Warte, ich ändere jetzt den Rucksack. Wenn ich... Das nicht... Mach grad die Tür auf. Ich glaub ich komm dann gleich raus. Ich bin immer noch Polizei. Schießen oder einschießen? Was meinst du? Hm... So viele Magaziner... Doch der weiß irgendwie, dass ich hier bin. Er weiß, dass du da bist. Aber sag mal, wo du bist. Jetzt kommt der raus gleich, oder? Da ist so ein alter Busbahnhof, so ein Ding. So die Häuser sind das. Da in der Nähe auf der Straße. Parallel vor der Straße von der... Von der Polizei. Richtung Wald hoch. Nicht vom Eiffel, sondern andere Seite. Jetzt geht er raus. Innenhof. Ein Busbahnhof, da. Irgendwo. Lachen wir die Straße weiter vor einfach dann. Ja, steht da mit auf der Straße, der Typ. Läuft dich dein Krankenhaus vor. Bist du jetzt an dem Busbahnhof, Ding da? In den roten Gebäuden? Ich bin... Ne, ich bin Polizei ganz oben. Hm? In der Polizei bin ich ganz oben. Ah, ich seh... Da läuft jemand hinter der Halle jetzt. Und... Bist du das? Das mach ich. Ja, okay. Das bisschen zieh ich dich. Dann komm mal zu mir. Sicher. Ich hab jetzt einen schwarzen Bus. Spann mal dahin, ist erst da die Straße vorgelaufen. Ich denke mal in das Krankenhaus rein oder so. Alleine ist er gewesen. Hm? Ist er alleine gewesen? Der ist hier vorgelaufen, ja. Ich hab ihn jetzt schon wieder überall sein. Mhm. Mit dem grünen Rucksack im Großen. So morgens in dem Backpack. Ich weiß nicht was der Waffe gehabt hat. Irgendwie auch schon wieder Schrot. Aber in der Polizei gibt's hier echt massige Sachen. Wo bist du genug? Kann ich nicht schauen. Oder? Vor der Arme im Krankenhaus. Ach, das kassierig. Wo ist der hin? Kannst du nicht schießen? Kannst du nicht schießen? Nee. War ich da auch mal weiter Richtung Novo. Du wirst ja irgendwo irgendwo laufen. Der könnte halt auch krank aus sein, ne? Ganz blöd. Jetzt. Bist du bei den Garagen da? Ne, oder? Nee. Ich bin auf dem Krankenhund. Ich bin auf dem Krankenhund. Ich darf ihn mal holen. Schau mal auf den Namen. Hm. Wo ist der hin? Ich hab ja Munitionssplitten gehört, aber... Ich weiß nicht, ob das ein Duck war. Siehst du irgendwas am Laufen? Nein. Ich bin erst oben angekommen. Das ist alles. Nein, ich seh nichts. Wo bist du? Immer noch. Auf dem Dach von einem Krankenhaus. Ach, ich komm jetzt zurück. Dann lauf ich noch mal zu voller Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass der nach Novo läuft. Da kommt bestimmt ein anderer. Hä? Nein. Nein. Hm. Soll ich mal schießen? Vielleicht auch unten wieder ran? Ja. Ich schieche auch. Hast du mal Schüsse gehört? Ja. Hm? Du hast auch grad geschossen, ne? Ja. Ich hab keine zwei Magazine, alle Magazine weggeschwissten. So ein Rautmann, echt. Hast du noch? Echt, eins hab ich mehr behalten, dachte mir. Eins, was ist denn noch für mich? Ja, da will ich noch mal gucken. Du bist auf dem Dach, ne? Oder irgendwas? Ne, ich lauf jetzt zur Polizei. Ich glaube, ich hab's noch viel zu gut zu finden. Oh, jetzt rennt da unten als Zombie rum, läuft das wär der Spieler. Hm. Hm, hm, hm. Wo geh ich denn da mal hin? Wenn ich kurz wieder Richtung Krankenhaus... Okay. Ich muss hier noch schnell weg. Scheiße. Schießt du? Nee. Was ist du? Ich weiß nicht. Jemand schießt auf mich. Hast du geschossen? Nein, jemand schießt auf mich. Von wo? Weiß keine Ahnung. Ich laufe jetzt Richtung Novo. Wart man auf der Straße oder was? Mhm. Ich laufe Richtung Kran. Die Pistole weg. Ich nehme die andere Waffe. Mit dem Kran, wo es so? Der ist nicht weit von der Polizei. noch stark ja siehst du ihn ich bin ich sitze im wassergraben habe ich noch nie gemacht aber der müsste mich um mich verfolgen hier genau hier rein wo warst du wo er auf dich geschossen hat in der polizei drin in der polizei drin ich meine im unteren stopp in der polizei jetzt bin ich rausgerannt und chill mal hier ein bisschen irgendjemand da läuft etwas gesprochen ich glaube ich muss laufen ich bin im wassergraben wenn man läuft herum ich auch noch ausläuft wenn sie anfangen zu schieben wie das ist und wir auch noch aus ich bin in keinem haus ich bin unter der blöcke so bloß jemand dran er kann sich mit zumindest sohn zum zumindest um die festgepackt Ich sehe, braucht auch niemanden, ne? Hier ist das echt schwer Wo bist du jetzt genau? Ich guck jetzt aus einem Wassergraben. Zwischen zwei Brücken stehe ich Okay Ganz coole Sache Kann man echt mal um drum herum gucken und wird nicht gesehen Was war denn das für Waffe, wo der geschossen hat? Shotgun Oder sowas, oder diese Rays, oder wie sich das nennt Dass so Schrottpatronen kommen Da rauskommt Wenn du den Wassergraben siehst, lauf den Wassergraben entlang, unter den Brücken, können wir uns treffen Ich bin bei einer Brücke, da ist ein Bus oben drauf Ah, dann musst du einfach drunter den Wassergraben weiterlaufen Jetzt bin ich bei der zweiten Brücke Ich sehe dich aber oben Du läufst an den Wänden oder an den Brücken? Ich bin jetzt bei der... Über oder unter der Brücke bist du Oben? Okay Jetzt bist du, ja zu spät, zurück, zurück, ich sehe dich Ich hab dich schon gesehen Komm runter Hier bin Das sind so Steinwände Ja, ich sehe dich, hätte ich in die Hier zurück Wo bist du genommen? Zurück, zurück, zurück Zurück, zurück Hier stehst du rum Und wartest dich schon ewig gesehen Guter Platz eigentlich, besser kann man nicht stehen Na, der Typ ist immer Polizei oder was? Mhm Ich lauf da unten mal weiter Ich lauf auf Der hätte auch im Krankenhaus sitzen können Ja, da ist die Dinge los und Muss nochmal hinlaufen Wo fliegt da, der noch nicht da Ja, hier auch in der Scheine kann der sitzen Deine Scheine? Hier vielleicht Da ist halt ewig der Loot hier, ne? Hast du zugemacht? Machst du die Tegation, ja? Das ist nur eine Scheine, hab ich die Tegation gemacht, ja Ja, klar Wenn ich kenne, vielleicht pass ihn an Ich lebe die Gnoposkop, sondern Wo? 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 Wo denn da sind die Tegation? Ob Nhesn hat die Tegation? Wo denn? Wo denn das ist? Ich sehe ihn Roter backpack Halt auf zu schießen. Was soll das? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin richtig hinter die Polizei. Ich bin in dem Pförtnerweiß drin. Okay, Vorsicht. Wer steht vor dir? Hm? Der sitzt eigentlich vor dir. Ich versuche jetzt von hinten um das Haus rein. Kannst du die Tür also decken, dass keiner reinkommt? Noch nicht. Warte gleich. Hm? Ich bin gleich da. Ich bin in dem Haus gegenüber. Kannst du, was heißt, vorne rein? Ja, ich deck es. Es kommt keiner rein. Ich will schnell nachwarten. Du hast die Tür im Blick. Ja, ich sitze gut im Fenster. Und ich sehe oft das Häuschen. Der Typ stand neben, davor, genau davor. Das ist der Typ und dann grüßt. Ich lag gerade nach. Sprich du mit ihnen. Hm? Du musst mit ihnen sprechen. Wenn sie reinkommen... Kommt die mal rein? Nee, nee, aber dann sehe ich das. Ich kann sofort, ob sie schießen. Perfekte Situation zum Reden hast du nicht. Ich stecke sie gut. Ich bin 50 Meter neben dir im Haus. Ich sehe keinen mehr. Nee, der ist mir auch nicht hinterhergehauen. Nee, der ist mir auch nicht hinterhergehauen. Und hier schießt keiner. Red mal mit ihnen. Okay, ich hab dich gehört. Mach mal. Mach mal. Oh ja. Das ist auch nichts. Der hat einen Helm gehabt, nicht? Hm? Der hat einen grünen Helm gehabt. Also so einen Teil hab ich gesehen. Der stand davor von einem Haus. Ja, ich glaube. Jetzt bin ich halt voll gefangen, ne? Naja, wir müssen abwarten. Wir müssen aber irgendwo hinter mir sein, glaube ich. Denn eigentlich kann ich auf den ganzen Platz suchen. Ich sehe ihn. Irgendwann werden sie ja hier sein. Auf jeden Fall ist einer mit einem roten Backpack da, großen. Und einer mit einem grünen. Mhm. Rot und grün, kann man abschießen. Auf dem Dach ist jemand. Was? Ich bin vom Krankenhaus Ok Bei den Schildern oder wo? Was bei dem Namen? Hast du geschossen? Ja Ich weiß nicht, ich glaube der ist weg Irgendwer läuft hier rum So weiß der Zombie Ich glaube die färten Level Zombie, echt? Irgendwas läuft hier rum bei mir Ja Irgendwas ist das Wo ist der Scheiß-Zombie? Dann glaube ich im Typ noch Ist der Typ noch oben raus, Krankenhaus? Ne, den habe ich glaube ich erwischt Hm? Den habe ich erwischt Sieht aus Ich muss mal schauen Was läuft denn hier für eine Scheiße? Irgendwas läuft hier rum Ja das ist jetzt schwierig Das ist eine weite Entfernung gewesen Kann man hier noch... Ah Entfernung Kann man auch nicht mehr machen So ich lade mal um Das Zombie läuft weiter irgendwie Wohin? Das Zombie läuft jetzt irgendwo hin Ja er läuft zur Halle Wieso? Ich bin da zu dir Das tut's doch mir aggro oder? Nein Aber der macht irgendwas Scheiße 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 Irgendwas ist hier auch Uuuuh Wacht was Hm? Ich habe auch einen Zombie hier glaube ich Ja Willst du aufs Dach gucken? Was der Typ Der Typ hat glaube ich eine Mosin gehabt Hat gesnipert von der Woche Was anders Das ist ein Schlesz-Zombie von mir und er hilft mich Der läuft um die Baracke Hm? Der läuft um die Baracke Hm? Oh jetzt kommt der neuer zu dir Das bin angelangt Kann ich hier raus Meines Meisten Ähm Jetzt kommen noch zwei Zombies Drei Ach du Scheiße Was? So wie das aussieht Jetzt kommen alle Zombies zu dir Echt? Ja Kann ich was du Nein Dann hast du mir alle weggelockt mit deinem Schuss Entweder haben wir da drüben echt noch einen Typen Ohne der ist weg Ich weiß nicht genau Ich glaube wir sind auch so zweit Ich glaube wir sind auch so zweit Ich glaube wir sind auch so zweit Ohne ich Ohne ich Soll ich hier rausrennen? Ja, dann mach dir erst die Zombies weg. Okay, wir machen so. Kill die ganzen Zombies. Lade nach und dann rennen wir beide zum Krankenhaus. Und gucken, ob der Typ da oben tot ist. Warte. Kommt noch einer. Also, wo drehen wir uns erst mal? Ich guck auf, ich bin, die Straße gegenüber bin ich. Ich komm zu dir, wenn du den Zombies... ...wenn nachher läuft der Zombies hinterher. Ja, das stört auch nicht. Ich komm jetzt mal zu dir rüber. Okay. Aber hier liegt doch, glaube ich, so viel Not. Ich mach die Tür auf. Bist du in unserem einzelnen Haus, oder? Ja, Tür auf. Bist du schon über die Straße durch? Ja, ich steh unten. Ja. Okay, lauf mal. Ich muss noch mal den Scheiß in deinem Auge behalten. Komm hinten, Jörg. Das stimmt, nehm ich da los. Komm hinten, Jörg. Wir müssen die Pisser holen. Wer? Was? Sind die Leute? Wir müssen die Tippen da holen, ja. Los, wo sind die hin? Also gut, sag jetzt. Ich geh jetzt rüber zum Krankenhaus. Bist du dabei? Oder wo läufst du denn? Ich bin jetzt gleich beim Krankenhaus, ja. Grauen Zombie im Arsch. Ich steh. Ich weiß nicht, wenn noch drin ist, dass er schon raus ist. Ich will wissen, ob ich den echt erwischt werde. Ich bin jetzt unten bei den Treppen im Krankenhaus. Mhm. Aber was das sein soll. Boah, ich komm da nicht rein. Du hast blauen Rucksackleinen, ne? Nein, ich hab schwarz. Du hast schwarz? Ja. Das bin ich, das bin ich. Wow, bist du das? In der Tür? In der Tür drin, ja. Wie wir wollen. Der auch hier so gezielt hat. Ja. Ja. Na hör auf damit jetzt. Ich mach nen Zombie lieber kalt. Ich kletter da hoch. Ich will das haben. Er steppt. Er steppt hier rum. Ein Zombie ist hier drin. Scheiß Zombie drin. Ich kletter die Leiter hoch. Vielleicht ist das. Muss man mich verbinden, warte mal. Wow. Ja man, ich hab ihn erwischt hier oben. Echt? Hm. Bist du oben? Ja, ich bin ganz oben. Hahaha. MP5. Hast du echt erwischt? Ja. Was? Bist du ganz oben? Mhm. Ist mein geiler Schuss, Wannes. Meister Schuss. Dann nehm ich mir seinen Helm. Der ist gut. Haha. Der liegt da. Rote Rucksack oder was? Ja, der rote. Schau mal. Hier Waffen. MP5 und so. Aber die kann ich ja mitnehmen. Loll. Boah, in dem Haus war ich da. Okay, ja. Lieber Polizei? Nicht da neben mir. Wo ist die Baracke? Ah ja, neben der Polizei. Genau. Da drin. Ohne Skouft. Ohne gar nichts. Ja, sauber. Geh ich auf jeden Fall jetzt mal runter und loot das Ding da gar. Das gibt's doch noch. Ja, wieso kann ich in den scheiß Zoom nicht rein von der Waffe? Hat die keinen Zoom? Was? Wie kann ich die Primärwaffe von so einer, von der M-25 benutzen? Na gut, ich komm. Die hat ein Visier drauf. Ich kann das Visier nicht benutzen. Komisch. Das wär bestimmt dieser Vanguard. Ja Mann. Der macht sowas. Der ist auch mit der Winchester oft unterwegs. Was wär? Das wär wirklich. Also der spielt ja gern mit, oder? Hm? Ja, ich konnte ja nicht schauen, ob du wer das war. Wohin jetzt? Was? Ich will dieses komische Fett noch looten. Aha, natürlich. Du hast es doch schon gelootet. Du warst doch so lange schon drin. Ja, mich rollt der ganze Zeit irgendwas. Ich muss da dauernd ab und zu merken. Das hat noch so ein komisches Scope. So ein neues. Jetzt hab ich schon mal das Scope. Bist du in den Garagen? Bist du in den Garagen? Ja. Nicht in den Garagen. So ein anderes Ding. Du bist in den Garagen? Ah, da ist jemand in den Garagen. In den Garagen? Ja. In welchen? Ja, davor. Hä? Das bist doch du jetzt an der Mauer. Ja. Blauer Rucksack bin ich, ne? Blauer Rucksack. Jetzt bist du wieder vor den Garagen. Ja? Ja. Ach du, du bist doch reingelaufen. Das war nebendran bei den Garagen. Das ist noch so ein Gebäude. Jetzt bist du hinter den Garagen. Und ein Zombie läuft da hinterher. Wo ist der? Der Zombie? Bist du in dem anderen Haus da drin? In so einem roten Backsteinhaus? Ja. Ja. Wo war der Zombie? Der ist jetzt bei den Garagen. Kannst du den mal erschießen? Ich seh den rück mir noch. Ja, jetzt kann ich... Aha. Du siehst ihn echt nicht. Hm? Du siehst ihn echt nicht. Da ist er jetzt. Okay. Und auf jeden Fall liegt da noch ein AK. Einfach noch was hin. Die Waffe ist kaputt. Was? Oder was? Was ist hier kaputt? Dass ich damit nicht schießen kann. Da fehlt was irgendwie. Und ich hab ne Pistole dafür weggeschmissen. Weil hier liegt ne FNX. Ne ich hab dafür zu... ne dafür hab ich kein Magazin. Das wär cool. Warte ich mach jetzt den Zombie weg. Warte ich mach jetzt den Zombie weg. Der ist weg. Okay. Ja schade das hier kein Magazin aber liegt. Ich hab ein Magazin. Für die AK? Für die Pistole meinst du ja? Ne für die AK-74. Aha. Und wo ist die... So ist die Pistole? Eine FNX liegt hier rum. Die AK liegt hier außen. Hm. Da krieg ich alles nur... also da liegt gar nichts. Was brauch ich noch für die... Hm? Für die MP5. Wieso ist hier so geloot? Was soll denn die Scheiße? Ich geh ihn wieder in das Haus gegenüber. Jawoll man. Mit wie hier ist das fett. Ist das frei. Wie ein Geschenk kam der Typ. Ich dachte sicher kann damit wirklich was anrichten. Ja hätte er auch. Scheiße der hat mich eigentlich besser gesehen wie ich ihn. Normalerweise ja. Soll ich denn die Säcke habe jetzt schon gesagt? Ich pass auf. Du bist da. Du bist da? Du bist da. Du bist da. Du bist da. Das ist so. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.